Ich finde es ganz toll. Mir macht das ganz viel Spaß. Ich war letztes Jahr in Leipzig und ich finde Frankfurt toller, weil hier irgendwie die ausländischen Gäste noch dabei sind, sind viele Sprachen. Ich finde es ganz aufregend und sehr spannend. Ja, es ist eine Reise in die Kindheit, in die Vergangenheit meiner Protagonistin Mascha. Sie wird nach Russland, nach Bekova gerufen. Bekova ist ein kleiner Ort in der Nähe von Moskau. Sie soll das Haus ihrer Großmutter ausräumen und verkaufen. Dort wird sie konfrontiert mit einer Welt der Erinnerung, mit Lücken in ihrem Gedächtnis, mit Lehrstellen ihrer Biografie, mit der Brüchigkeit. Ja, Mascha macht eine Entwicklung durch. Durch die Reise kommt sie sich ein Stück näher und lernt ihre Mutter mit anderen Augen zu sehen. Ganz kurz. Das kann ich gar nicht sagen. Das ist eine erfundene Figur. Aber natürlich haben Mascha und ich ganz viele Erfahrungen gemeinsam. Ich bin mit meinen Eltern auch 1979 ausgewandert. Über Rom und Wien, dann nach Berlin ins Aufnahmelager Marienfelde. Also dieses Geworfensein in die Fremde, diese Sprachlosigkeit, die Ängste, die so auf einen einströmen, die kenne ich auch sehr gut. Also Mascha steht ja immer so ein Stück neben sich. Ich hab mich so viel Angst. Meine Kinder, Bücher, Musik, Natur. Das kann ich nicht sagen, weil ich das gar nicht auseinander halte. Also ich hab immer geschrieben und immer gespielt. Und ich seh die Schauspielerei eigentlich auch, wie ich das Schreiben seh. Das ist für mich eine offene Suchbewegung. Die Figuren entstehen auf der Bühne. Ich hab kein Konzept. Das ist erst mal. Vielleicht erinnert sich das noch. Aber ich hab das nie getrennt voneinander. Also soweit ich mich erinnern kann, ist das schwierig gewesen. Also ich kam nach Berlin. Ich konnte kein Wort Deutsch. Ich kam in die erste Klasse und da waren, ich glaube, ich kann mich erinnern, um die 20 türkische Schüler und um die 7 deutsche Schüler. Das heißt, es wurde türkisch und deutsch gesprochen und ich saß so dazwischen. Also diese Sprachlosigkeit, diese Unsicherheit, an die fühle ich noch sehr. Ja. Ja, da scheint das schon mein Zuhause an. Also Heimat ist sowieso auch immer da, wo meine Liebsten sind. Und ich glaube, als ich die Sprache verinnerlicht habe, da bin ich hier angekommen. Ja, ganz, also war, ich war unglaublich erleichtert. Ganz? Ja, ich war erleichtert, weil ich ganz lange nach dem Schluss gesucht habe und auch nicht so genau wusste, in welche Richtung geht das. Und als ich das dann endlich wusste, war das so, fiel alles ab. Franz Kafka, das Urteil. Dornenvögel im Alter von 14 Jahren. Licht im August von Faulkner. Ciao.